Eigentlich sollten sich, Wollnies, Fans über ein Lebenszeichen von Sylvia freuen, seit ihrer Krankheitsbeichte hüllt sie sich nämlich in Schweigen. Aber die Reaktionen fallen anders aus. Rundum, die Wollnies, ranken sich derzeit Gerüchte und Vermutungen. Seit Tagen ist Familienoberhaupt Sylvia von der Bildfläche verschwunden, lediglich kryptische Krankheitsposts bekamen Fans von ihr zu sehen. Auf ihren Social-Media-Profilen war es still, bis jetzt. Doch ihr neuer Post auf Instagram lässt Fans mit mehr Fragen als Antworten zurück. Sylvia Wollny meldet sich endlich nach Krankheit, Zuschauer sind bestürzt. Im Hause, Wollny, scheint alles normal zu sein, zumindest wenn man die Posts und Storys der Sprösslinge anschaut. Neben dem Alltag stand nun nämlich ein großes Event an. Der dritte Geburtstag von Emory und Kasai Angesichts ihrer Vergangenheit natürlich ein besonders emotionales Event. Denn die Wollny-Zwillinge hatten wie Schwester Hobangel eine schwere Geburt. Sie kamen zehn Wochen zu früh zur Welt. Für das Fest scheuten Sarahfina und Peter keine Kosten und Mühlen. Zwei aufwendige Geburtstagstorten, viele Geschenke und ein lebensgroßes Po-Petrol-Maskottchen machen den Tag perfekt, zumindest fast. Sylvia Wollny postet nämlich ein Bild der ganzen Familie auf Instagram, obwohl sie selbst gar nicht dabei war. Es ist das erste Lebenszeichen seit Anfang Mai. Doch statt sich zu freuen, etwas von der 59-Jährigen zu hören, sind viele Fans bestürzt. Sylvia postet, Wollny, Geburtstag und kassiert Kritik von RTLZWEI-Zuschauern. Geschmacklos finden einige das Foto. Denn neben den Geburtstagskindern und den wohlbekannten Familienmitgliedern aus dem TV ist noch eine weitere Person zu sehen. Jeremy Pascal Wollny, der sich erst seit kurzem wieder öffentlich zeigt. Sylvias jüngster Sohn, mit dem die Großfamilie über Jahre hinweg keinen Kontakt hatte, posiert Arm in Arm mit Florian, Sylvanas Mann. Neben den vielen Fragen, seit wann Jeremy Pascal wieder bei der Familie ist, haben einige Nutzer eine klare Haltung. Ich finde das Foto geschmacklos gegenüber Kalanta. Dabei nehmen sie Bezug auf die schweren Vorwürfe der Wollny-Tochter gegenüber ihrem Bruder und Sylvia. Wieso setzt man noch einen drauf und stellt den Jeremy ins Bild? Fragen sie sich und fällen das harte Urteil. Zum Kotzen ist das. Bescheid. Titelução